Warum wählen Sie denn hier so aggressiv? Nicht mein Gesicht. Ja, ja, ich versuche an Ihnen vorbeizuführen. Aber das ist ein öffentlicher Einsatz. Das ist halt schwierig, ne? Ja, das ist wirklich schwierig. Das ist aber nicht fair. Nein, das ist ja öffentlich. Das ist ein öffentlicher Polizeieinsatz. Das hat doch nichts. Sie müssen es besser wissen. Das soll Sie dann zur Verfügung stellen, wenn es soweit ist. Aber ich weiß genau, wie die Sachen abläuft. Ich habe eben das Mikrofon, wenn man jetzt gesagt hat, dass ich nicht drinnen hören möchte. Und dann braucht das Recht. Und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ich habe auch, dass die Sachen abläuft. Ich habe das auch. Er hat gesagt, dass die nicht, was sich hier bestellt wird. Ich habe mehrmals in der Schraube auch noch ein Zeichen. Das ist die Kamera steht. Und dann ist auch, dass die Beweis für den Lauf gestemmt jetzt. Nach der Strafanzeige. Geht es an die Staatsanwarte und die entscheidet, wie ich weiß es, weil ich das schon fliegfach erlebt habe. Sie kriegen ja so Platzverweis. Sie stören eine Amtszahmung. So schaut's nämlich aus. So schaut's nämlich aus. Auf Wiedersehen.